Servus Eislimm-Fans! Ich danke erstmal, dass ihr bei unserer Verlosung mitmacht. Heute ist der 1. Dezember und wir starten gleich mit einem richtigen Kracher. Nämlich am 10. Dezember bei unserem Glühwein-Stand gibt es eine Flat-Rate. Dann aber bitte mit Bus und Bahn kommen, sonst gibt es Ärger. Danke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017